Busfahren ohne lästige Kleingeldsuche? Die Smilecard macht's möglich! Die Karte zum bargeldlosen Busfahren in Paderborn. Fahren, sparen, lächeln! Einfach am Terminal das gewünschte Ticket über das Touch-Display auswählen, Smilecard auf den Kartenleser auflegen und schon haben Sie ein gültiges Ticket. Besonders einfach ist es für Erwachsene, die ein Einzelticket für das Stadtgebiet Paderborn kaufen wollen. Ohne Ticketauswahl Smilecard auf den Kartenleser auflegen, kurz abwarten und schon kann die Fahrt losgehen. Ob der Ticketkauf erfolgreich war, das Kartenguthaben gering ist oder ob einmal etwas nicht geklappt hat, zeigt der Smiley an. Befindet sich ein gültiges Ticket der Preisstufe PB auf der Karte, wird durch ein erneutes Auflegen der Smilecard die Restlaufzeit angezeigt. So kann die enthaltene 90 Minuten Flatrate optimal genutzt werden. Beim Ticketkauf für mehrere Personen einfach die Tickets nacheinander kaufen. Über die Taste Guthaben und Tickets anzeigen erhalten Sie jederzeit einen Überblick über Ihr Guthaben, die aktuellen Tickets und die Restlaufzeit. Wurde aus Versehen ein falsches Ticket gekauft oder zeigt das Display einen roten Smiley an, hilft unser Fahrpersonal gerne weiter. Unser Tipp, gehen Sie auf Nummer sicher und registrieren Sie Ihre Smilecard zum Beispiel online über die Pader Sprinter Webseite. Geht die Smilecard einmal verloren, kann sie dann leicht gesperrt werden. Fahren, Sparen, Lächeln – die Smilecard. Erhältlich im Fahrgast-Infolokal in der Zentralstation, am Pader Sprinter Betriebshof und natürlich im Bus.